na du bleib weg so ok wenn du es dann bald mal hast der boden bald mal sauber ist ich meine boni ist echt sauber guck das an 1er teppich klingt nicht gut so wie klar unter suche den hafen ich untersuche die safe zone soll die tür so hässlich aussehen das panorama ist aber geil guck das an das ist im zweiten irgendwie echt geiler ich furcht auf die ad version ich glaube nicht dass sie so viel ändern wird für uns oder schon bestätigt ob sich überhaupt was ändert für uns ich weiß nicht oder ob das einfach nur ich sag mal ultra dann auf konsolen ist beziehungsweise er ist überhaupt auf konsolen ich meine wie geil wäre das wenn das alles eine neue engine hätte wie bei metro und wie dax ja so heftig wäre das nicht aber es wäre nice wäre das aber ich finde es sieht auch schon so geil aus es sieht schon so gut aus fahren für das was es sein will ja lichtstimmung ist geil und dadurch bleibt es auch wahnsinn geil das gameplay ist geil ist eh das wichtigste auch wenn es irgendwie stumpf ist weißt du dadurch dass es quasi nur eine mod ist ist ja auch nicht so scheiss teuer sie hat mich gespottet aber sie gefickt panzerfaust oh kann ich da rein? ja wo wollen wir überhaupt hin? hier da ist die panzerfaust eigentlich eine haupte oder eine zweitwaffe? zweitwaffe echt? oder? warte doch ich glaube zweitwaffe ich guck mal halt das ist eine zweite waffe die greife ich mir für notwendig mach das ich dachte mir das wäre eine hauptwaffe nope ist der fluss eigentlich rot erleuchtet oder blutig? oder leuchtet der rot dadurch dass er blutig ist ich nehme A ich habe gerade 2 für 1 Header gezogen nice wunderbar ja keine flinten muni ist bedauerlich naja sicher das erinnert mich an die szene betritt die kirche äh nein nicht mal in echten leben hey die hört sich doch freundlich aus ne ja willkommen und so ne steht da im hintergrund noch der total warte mal bevor du reinkommst ich kann mich schon mal looten ja hier sind Panzerfaust also von der häntes auch noch dieser total einladende Reichstag warte nach draußen lebt damit hier nicht alles spawnt und mich tötet wohl schon die ersten höher wir verarschen das spiel gerade hart ne Wie kann man den verfehlen? Schlimm Warte Warte Oh, Wasser Lol Okay, der Regen ist heißlich Der Regen ist mal richtig heißlich Der ist der bei Saint Rochelle Stimmt auch Ähm, bin gleich soweit, bin gleich soweit Kann man die Schädel da von der Barrikade runterschießen? Probier's aus Nope Das ist die Zeit Oh, Jugendöl Flinten-Muni wär jetzt aber echt geil Alter, wie groß ist dieses scheiß Areal? Ist ja mal richtig schlimm Hey, du wettst, dass an der Wand hier mal ein Arkenkreuz war? Stimmt Hier waren überall Hakenkreuze Weißt du, das ist richtig schön Bis es die deutsche Version wurde Das hast du, angedeutet Na, das Hakenkreuz Wie kann ich dir das vorstellen? Also ich glaube, wir sind gleich richtig am Arsch Weil diese ist hier richtig groß Ach Schnick-Schnack Und man kommt ja auch noch nicht raus Ich glaube, du kannst reinkommen Ich pisch mich ganz langsam ran Denn, 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 denn Okay, zu langsam Ich hab Angst Sieht fies aus Ich deck mich mal besser mit Panzerfaust Munition ein Ich find schön, wie überall Munition draufsteht Nicht Ammunition oder so sagen Munition Gute deutsche Munition Ich find's so krank, dass sie immer an den Stielhandgranaten lutschen müssen Oh shit Oh shit Und fährt der Kram stehen, ist nicht gut Nope Oh, da oben ist das Bats im... Oh shit, unser Spawner, dude Hab ihn Ich find das ne geile Challenge, weil man den irgendwo weit weg spawnen lässt Weil es lässt sich mit einem Headshot töten, aber man muss ihn erstmal treffen Und ansonsten spawnt er die ganze Zeit Zombies Das find ich irgendwie nice Ja Ist ein schöner neuer Gegnertyp Oh, da ist noch einer Oh Du hast hier bei den Eier Oh mein Gott, Skilettearmee Ey, die können nur weniger rumwackeln Oh fuck Den hatte ich, oder? Jop Cool Ähm Ha Sehr sauber Jop Das hatte ich mir jetzt echt ein bisschen brutaler vorgestellt Ist denn einfach zu gut für den Shit? Stell dir mal vor, wir hätten den nicht gesehen Und der hätte dann immer mehr gespawnt Ne, wir erinnern uns, ne? Ein paar Parts zuvor war da ja was Ein bisschen Schon ein kleines bisschen Warum ist das hier so komisch erleuchtet? Weil die Engine das kann Ich hätte jetzt irgendwie noch auf so'ne Hitler-Kameo gehofft Hitler 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 Das hört sich nicht gut an Okay, wer stöhnt da so obszön in der Scheißfunkgerät? Ich weiß es nicht Ich weiß nur, dass er uns erwartet Klingt nicht gut Weiter im nächsten Part Bis dann Ja Bis dann Bis dann